Musik Wir sind die Zeit gelaufen! Musik Wir bekommen eine Karte, auf der verschiedene Stationen eingezeichnet sind. Und die müssen wir halt alle anlaufen, normalerweise halt in einer gewissen Geschwindigkeit. Aber wir machen es jetzt einfach nur zum Spaß und wir machen eher orientierungsgehend. Musik Und der Läufer bekommt einen Chip und steckt den Chip dort rein. Und wenn er alle Posten angelaufen ist, kommt ein Ziel und dann wird ausgelesen und er weiß sofort, wie lange er von einem Posten zum anderen gebraucht hat. Musik Das macht Spaß und ich mache das immer sehr gerne. Man macht das auf jedem Tonnenpass und das macht riesen Spaß. Man musste sich schon ran halten, um unter einer halben Stunde zu bleiben, aber im Endeffekt war es doch gut, dass wir es gemacht haben. Es war sehr anstrengend, die Sachen zu finden, aber am Ende ist man noch gut durchgekommen. Und Spaß hat es auch gemacht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020